Wir machen das Ganze nochmal. Bitte gucken Sie mich an. Wie bitte? Bitte gucken Sie mich an. Es gibt hier keine Diskussion, ansonsten sind wir ruckzuck auf der Wache. Alles klar? Gucken Sie mich bitte an. Denken Sie, ich bin jetzt besoffen oder wachen? Gucken Sie mich an. Oder aber wir fahren auf die Wache. Ihre Entscheidung. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein. Hauchen Sie mich mal ein. Gut, stellen Sie sich mit dem Gesicht nach da. Strecken Sie die rechte Hand aus, Handfläche nach unten. Linke Hand nach vorne ausstrecken. Rechte Hand auf die linke Schulter legen. Linke Hand auf die rechte Schulter legen. So, nun machen Sie mal. Wir wollen heute noch nach Hause. Rechte Hand hinter den Kopf. Linke Hand hinter den Kopf. So, und jetzt die rechte Hand in die Hüfte legen und die linke Hand in die Hüfte legen. Drittsinn, bitte. Und jetzt in die Knie gehen. Knie. Wissen Sie, wo die sind? Ja, genau. So, jetzt passen Sie auf, hören Sie mir zu. Sie machen das Ganze jetzt selbstständig in einer Abfolge. Immer hintereinander weg. Habe ich mich da klar ausgedrückt. So, bitte. So weit kommt es doch hier. Mach mal Musik an. Und los. Wunderbar. Zack, zack. Wie der Scheiß. Da ist schon viel Schönes dran. Mach mal lauter. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Alles klar. Die lachen hier nicht aus. Fenner, du. Scheiß Blut. Hey. 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 Hey.